Ein ganz normales Rennen heute. Kein Problem für dich. Damit bist du in den Top 3. Das ist Platz 2. Kämpf weiter. Okay, Diesel. Du hast die Führung übernommen. Oh, was ist das denn? Oh, das muss ich noch fast gar nicht kommen. Das war gerade nicht so schön, aber wir lassen das mal so stehen. Du verlierst zu viel Zeit, weil du so unvorsichtig fährst. Reiß dich zusammen. Starkes Rennen, Diesel. Du hast alles gegeben und die Runde gewonnen. Alter, das war gerade so eine Bowlingbahn. Boom, 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 boom. War voller kann, ey. Okay, Diesel. Aufgrund der bisherigen Rückmeldungen habe ich mich entschlossen, weitere Events in dieser Rennserie aufzunehmen. Bleib bitte am Ball. Und dann kann ich mich nicht mehr und die Rennserie aufzunehmen. Und dann muss ich mich ganz schön. Oh, was ist das denn? Und dann bin ich, wenn ich mich jetzt in der Rennserie aufzunehmen. Wenn ich mich nicht w止 und es ist, wenn ich mich nicht an. Hier nehmen wir so eine Testfahrzeuge und gucken wir so einen Hypersportler aus. Alter, haben die eine Beschleunigung und ein Handling? Alter, Alter! Was ist das denn? Ich weiß, was er in der Lage ist... Da tritt es drauf. Echt nicht schlecht sowas, ey. Solche Geschwindigkeiten ist ja noch gar nichts für mich zu driften, ey. Da pfeift sich ganz schön weg, ey. Das ist ganz schön heftig. Wir wenden es hier mal wieder den wichtigen Lassen zu. Wir wenden es hier mal wieder auf. Gut. Werbung. Oh, rückgängig machen. Vergiss die Promo-Events nicht. Wenn sie nicht wichtig wären, würde ich den Kontakt gar nicht herstellen. Alles in der optimalen Zeit. Denk dran, dass ich die Route jederzeit ändern kann. Sei immer auf der Route. Okay, wir wollen die Leute für uns gewinnen. Zeig ihnen eine tolle Show. Also in der nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vier Minuten noch Untertitelung. BR 2018 Noch drei Minuten. Untertitelung. BR 2018 Total schön. Untertitelung. BR 2018 Nur noch zwei Minuten. Untertitelung. BR 2018 Heilt aber weiter, ist das eine Strecke? Hart aber herzlich, gehst du zusammen? Ähm, schon wieder. Noch 60 Sekunden. Die Tür ist auf, nicht rausfallen. 30 Sekunden. 10 Sekunden. Schaffen wir! Starke Leistung. Du hast das Ziel erfüllt. Niemand kriegt uns. Durch die Teilnahme an einem Promo-Event kannst du dein neues Können zeigen und dein größeres Publikum auf die BSR aufmerksam machen.